Ja, pünktlich zu Ostern steigen die Temperaturen wieder vielleicht sogar in Richtung 15, vielleicht sogar 20 Grad. Also ein Wetterwechsel steht bevor. Im Moment ist es ja kalt. Also ein kaltes Hochdruckgebiet über den britischen Inseln bringt uns, ja, Frost und Schnee. Aber ein Wetterwechsel steht, bevor denn vom Atlantischen Ozean da kommt ein neues Tiefdruckgebiet und bringt dann warme Luft nach Deutschland, eine richtige Wärmepumpe, ein Wärmemotor springt an. Und das merken wir auch noch nicht in den kommenden Tagen. Aber so ab nächste Woche Mittwoch steigen die Temperaturen deutlich über 10 Grad. Und dann auch in den Folgetagen auf 15 oder sogar 16 Grad am Rhein. Also fast schon T-Shirt-Wetter Ende März. Und dieses Wetter hält sich auch bis in den April. Das heißt, auch an Ostern wird es mild, wird es warm. Es könnte ein bisschen regnen, das muss man schon sagen. Damit muss man rechnen, aber dass es auch nicht weiter wird bei endlich mal wieder höheren Temperaturen. So, das Winterwetter hat auch ausgedient. Vom Polarwirbel werden wir nichts mehr hören danach. Eher von der Sonne, denn die übernimmt mehr und mehr eine tragende Rolle im Wetter und wird auch unser Wetter in Zukunft bestimmen. Also der Winter ist vorbei, der Frühling hat begonnen und zu Ostern wird es mild. Das sind doch schöne Nachrichten. Die besten Feiersagen für Ihren Ort finden Sie auf Weißeratzkamp.